Warum der Dualseelenweg so weit ist. Auch ich wünsche mir, nicht selten, ich könnte die Zeige der Uhr einige Runden vorandrehen, die Kalenderblätter abreißen, damit einfach das schon da ist, was vorherbestimmt ist und was mein Herz sich so ersehnt. Aber das funktioniert natürlich nicht und auch aus gutem Grunde nicht. Nicht nur, weil die irdische Dimension ihre unerbittlichen Gesetze hat, sondern auch, weil unsere Seele das gar nicht wirklich will. Wenn unsere Seele das wollen würde, sich Zeit zu ersparen, hätte sie erst gar nicht die Reise in die irdische Dimension angetreten. Dann wäre sie in den himmlischen Gefilden geblieben, wo es keine Zeit gibt und wo die Seligkeit permanent vorhanden ist. Aber offenbar wollten wir dieses Abenteuer Erde erleben. Im Dienste Gottes und auch aus Abenteuerlust. Gott möchte sich durch uns erfahren. Wir sind ein Teil von ihm. Wir sind seine Gesandten. Und wir wussten im Großen und Ganzen, worauf wir uns einlassen würden. Dass es eben nicht leicht werden würde, dass wir auch Geduldsproben auch Geduldsproben würden bestehen müssen. Und könnte es eine größere Geduldsprobe geben als den Dualseelenprozess? Also wenn man das Ganze aus dieser Sicht betrachtet, wird es schon viel harmonischer und das Ego verliert an Stimmkraft. Es verliert seine Macht, unsere Seele zu überstimmen mit seinem Gequengel. Ich will das aber jetzt und ich bin doch schon so alt und wer weiß, wie viele Tage uns da noch bleiben und all meine Freundinnen sind glücklich verheiratet, nur ich bin allein und so weiter und so fort. Was das Ego so alles parat hat an Argumenten, die im ersten Moment auch so überzeugend klingen. Wenn man aber tiefer schaut, dann haben die keinen Bestand. Wir sind in ewiger Bewegung, so wie das wunderbare Mittelmeer in meinem Rücken. Auf und ab der Wellen und das Meer erfüllt sich selbst daran in dieser innigen Bewegung. Und so ein Vorwärts gibt es eigentlich gar nicht. Es ist ein Schwingen. Genauso wie unsere Seele schwingt und all unsere Entwicklung ist im Grunde auch nur eine Bewegung dorthin, wo wir schon mal waren. Es gibt auch andere Gründe, warum der Weg so weit ist, warum es so lange dauert. Und das ist, weil wir so unglaublich viel auflösen auf dieser Strecke. Wir müssen uns die nicht alle anschauen, aber alle Geschehnisse fallen mit in die Waagschale, die wir durch unseren Prozess anheben müssen, damit das Gleichgewicht entsteht. Der Vorteil ist, dass meist dieses Leben, in dem wir uns jetzt befinden, die karmischen Themen schon auf dem Silbertablett uns serviert. Und wenn wir in dieser Zeitschiene die Themen anschauen und begradigen, sehr oft sich gleichzeitig das dazugehörige Karma mit auflöst. Das ist nicht immer so, aber in vielen Fällen. Und natürlich nicht zu vergessen, wir sind Vorreiter des Kollektivs. Wir ziehen die anderen mit, diejenigen, die eben gerade nicht im Dualseelenprozess sind, was mit überhaupt keiner Wertung verbunden ist. Wir sind deshalb natürlich nicht besser als die anderen, in keiner Weise. Denn jeder hat eine Dualseele, nur sind manche in dieser Begegnung mit ihr andere nicht, weil die Dualseele vielleicht gar nicht inkarniert ist. Wenn wir uns in einer Meditation ganz zurückversetzen könnten, in die Zeit, als wir dieses Leben hier, das Aktuelle beschlossen und planten, zusammen mit unseren geistigen Helfern, die jetzt auch noch um uns sind, dann könnten wir genau ersehen, was wir uns alles vorgenommen hatten. Und wir tun jetzt nichts anderes, als dieses zu absolvieren. Es geht nur darum, an dieses tiefe Wissen heranzukommen, um sich bewusst zu machen, wie sehr alles im Einklang mit unserer Seele ist. Der Weg nach Hause ist weit, gleichzeitig ist er aber auch nur eine Handbreit von uns entfernt. Das habt ihr sicher auch schon erlebt, dass ihr plötzlich das Gefühl hattet, ja, ich bin zu Hause. Das ist uns ganz nahe. Nur es als Dauerzustand zu erwärmen, dieses Gefühl, das ist etwas schwerer zu erreichen. Wir können aber eine Ahnung davon haben, einen Vorgeschmack. Wir können das auch unterstützen, wenn wir zum Beispiel so schöne Dinge machen, wie ans Meer zu fahren, wie ich es heute Morgen einfach ganz spontan gemacht habe. Und hier bin ich zu Hause im mehrfachen Sinne. Wenn ich das Meer auch betrachte als Sinnbild der göttlichen Mutter, als große Gebärmutter, aus der wir alle entsprungen sind. Man kann mit der entsprechenden Einstellung den Dualseelenprozess durchaus genießen. Und zwar immer selbst, wenn er gerade wehtut. Denn auch dieser Schmerz ist ein Zeichen dafür, dass wir lebendig sind. Und genau das ist es, was wir sein wollen. Wir wollen diesen Körper haben. Wir wollen in der Materie sein, in der alles träge ist und Veränderung nur allmählich vonstatten geht. Aber wir lieben die Erde. Wir haben uns dafür entschieden. Und wer möchte schon die Schokoladentorte sofort auf dem Tisch haben, wenn er sich auch noch zwei Stunden darauf freuen kann, weil sie noch im Ofen ist, aber schon duftet. Das gehört alles dazu. Das gehört alles dazu.